Der Guten Morgenstupser Dein eigenes Leben beginnt damit, dass du in deinem Alltag Dinge tust und auf eine Art und Weise sie tust, die du deshalb tust, weil du es willst, weil es dir gut tut, dir Freude bereitet und weil es aus deinem eigenen Herzen kommt. Und am besten orientierst du deine Handlungen daran, wie du dich damit fühlst, dass du hineinspürst, möchtest du es langsamer machen, achtsamer, schneller, dynamischer, freudvoller, liebevoller oder möchtest du es gar nicht mehr tun, weil es nicht deinem wahren Wesen entspricht oder du es vom Gewissen her oder von deinen Werten her im Ursprung eigentlich gar nicht vertreten kannst. Und dein Leben beginnt damit, dass du diese Dinge umsetzt, wenn du es für dich herausgefunden hast und dann zu deinem Besten und zu deinem eigenen lebst. Freude ist zum Beispiel ein Anzeichen dafür, dass es deinem Wesen entspringt, was du da tust und das Gefühl von Stimmigkeit ist ein Anzeichen dafür, dass es zu dir passt, was du tust, dass es deinem wahren Wesen entspricht, was du tun möchtest oder auch sein lassen möchtest.